salut und herzlich willkommen zu einem neuen let's play hier auf games.de ich bin euer christian und heute schauen wir uns mal etwas an das hat glaube ich schon ein paar tage auf dem buckel und zwar geht es um last chaos das geben wir wieder in die google ja genau das geben wir wieder in unsere suche ein und da sind wir auch schon last chaos action mmo rpg und es sieht auf den screenshots eigentlich ganz gut aus muss man mal sagen oder also macht doch was her wir schauen uns das ganze jetzt mal an und zwar wie immer natürlich klickt ihr hier auf jetzt kostenlos spielen dann kommt ihr auf die seite des spiels und da könnte ich dann eben den charakter aussuchen und euch danach eben einloggen und den klein drunter lachen ganz einfach so wir melden uns gleich wieder aus dem spiel und bis dahin mal ein kurzes und knackiges so wir sind im spiel und beziehungsweise im menü und das ist relativ leer warum weil wir noch keinen charakter erstellt haben was machen wir jetzt mal leider unterstützt last chaos kein full hd deswegen müssen wir es hier in 720p müsste das sein spielen also nicht wundern dass das let's play nicht die qualität hat die wir sonst immer anbieten liegt einfach dieses mal am spiel aber wie gesagt es hat schon ein paar tage auf dem buckel das sieht man auch ein bisschen an der grafik welches gesicht nehmen wir oh warte moment 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 das sieht doch okay aus ja das ist dummer so was haben wir hier frisur okay nehmen wir die standard conroe was das bedürzt so klasse spielen wir mal ja wir spielen jetzt mal ein titan ich habe eben schon zauberer gespielt deswegen spielen wir jetzt einen titan also in einem anderen spiel habe ich einen zauberer gespielt so deswegen die nennen wir jetzt wie nennen wir die art die nennen wir auch wieder games the dude die du die du los geht's und da ist er games the dude so ja da freut er sich noch mal naja egal spiel starten so schauen wir mal wie es so ist ich habe es noch nicht gespielt muss ich ehrlich sagen ich bin mal gespannt wie es ist ja schwarz da sind wir und sehen direkt unser gesetz willkommen in the last chaos dies hier ist randall die hauptstadt von juno viele abenteuer besuchen die stadt um zu trainieren oder zu handeln sieh dich um und wenn du bereit bist für das für das tutorial dann klicke ja wenn du auf nein klickst wirst du nicht teleportiert möchtest du jetzt ja doch wir wollen tutorial gebiet deswegen machen wir ja diese ganzen sachen hier so ich gebe kann ich hier danke äh was drücke alt t ah ok ah alt t und dem charakter ok zack so das sind wir unseren charakter status äh games to do titan level 1 kennen wir gilde keine rang keiner berufswahl keiner äh fp fälligkeitspunkte fälligkeitspunkte 1000 t0 fahrung 0 von 34 fähigkeitsirdisch was spezial alle Das ist ja noch Spezialmöglichkeit, ne? Aber wäre das nicht eher Handwerk? Naja, vielleicht ist da auch einfach nur ein bisschen was durcheinander gegangen. Weil eigentlich, das müsste doch Handwerk sein, oder? Naja, wer weiß, was Handwerk noch ist. Oh, das ist ein Übersetzungsfehler, was soll's? Äh, so, ja, gut, bla bla, hm 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 hm. Jo, ok. Jo, passt, komm. So, machen wir mal unser Tutorial. Zack. Kann ich ihr weiterhelfen? Quest Tutorial, äh, ne, Tollpatsch Noe. Tollpatsch Noe. Finde Noe. Ach, Noel. Ich, Noel. Ich dachte, das wäre ein Ausrufzeichen. Bei den Burbankmühlen drücke M, um die Minikarte anzuzeigen. Gibt 100 Erfahrung und Geschwindigkeitstrank 3 Stärke. Ok, äh, 3 Stück. Jo, machen wir annehmen. Ähm. So. Äh, du, 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 du. Quest Tollpatsch. Quest aufgeben? Nein! Ja schon. Nee, 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 nee. Ich bin ja schon unterwegs. Ja, ja. So, ok. Äh, drücken wir mal M. So, da ist die Minikarte. Äh, ah, und da ist Noel. Ok, da ist Jonathan, da ist Noel. Und wir sind, ah, wir sind dieses komische kleine Zeichen hier. Ok, alles klicken. So, äh, wir müssen... Ok, laufen mit, äh, ne, Maustaste halten. Ah, nein, noch nicht. Auch wieder durchklicken. Boah, die Karte ist so groß. Können wir die kleiner machen? Jetzt weiß ich, warum wir die ausbinden. Ach, legen wir sie hier über den Chat. Doch, eh, keine. So. Zeige. Okay. Ähm, bum bum bum. Wo müssen wir denn lang? Ah, jetzt hab ich für... Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Schande. Ähm. So, da sind wir. Nee, da sind wir. So. Wir müssen da hin. Also. Da lang. Genau. Um dieses Gebühren rum. So. Wenn ihr da draußen jetzt euch aufregt, hm, warum spiele ich so ein alten Kram, bla bla. Äh. Naja. Es gibt ja auch Leute mit schwächeren PCs. Und außerdem, halt, muss nicht unbedingt schlecht heißen. So. Oh, das Ding war fix. Ich hab jetzt echt gedacht, wir müssten länger laufen. So. Hallo Noel. Wenn ich dir weiterhelfen. Ja. Tut mal hier. Toll was Noel. Oh. Sehr schön. Oh, hallo. Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Der Himmel ist blau. Die Wolken sind weiß. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich mich am liebsten gemütlich unter einen Baum legen und vor mich hin träumen. Ah. Hübsch. Äh. Erfragen 100. Geschwindigkeitstrank 3 Stück. Jo. Nehmen wir. Danke. Zack. So. Noel. Was hast du denn jetzt für eine Aufgabe für uns? Noles, bitte. Äh. Jage 5 Rehe. Jage 5 Rehe. Mach mal doch gerne. Hat dich mein Großvater zu mir geschickt? Er weiß, dass ich Hilfe gut gebrauchen kann. Die Rehe sind hier eine richtige Plage. Sie kommen oft aus den Bergen und fressen dann unsere Felder leer. Ich muss dafür sorgen, dass die Rehe verschwinden. Aber alleine schaffe ich das nicht. Bitte hilf mir und jage 5 Rehe. Das wird sie vielleicht abschrecken. Wenn du das erledigt hast, dann komme wieder zu mir zurück. Level für die Quest. Level 1 bis 30. 1 bis 30? Heilige Mutter. Okay. Äh. Machen wir. So. Zack. Rehe. Hallo Rehe. Äh. Tut mir leid, Rehe. Sorry, aber mit wieviel Innenbrunst er auf dieses Reh einprüft. Das ist einfach. Aber man muss sagen, ähm. Ne? Hat einen gewissen Wumms. So. Ist. Okay. Äh. Das ist auch ein Reh. Das ist auch ein Reh. Aber ich will nicht. Ja. Ich will das Reh angreifen. Ach Junge. Ach komm. Ach komm. So. Weiter geht's. Auf punzel. Ab pum. Ab pum. Ab pum. Abpatz. Ne. Und. Zack. So. Äh. Ich sehe mein Item nicht. Ja. Rehe droppen Gold. Sehr schön. Ähm. Zack. Oh, ich habe gar nicht mitgezählt. Wie viel Dreh war das denn jetzt? Die Dungeons halt du musst mehr experienceen in den Dungeons. Okay, achso, ja, nee, ja. Ähm, so weiter geht's. Okay, hier ist ein Fuchs. Ah, da sind die Füchse. Ja, genau, ein Feld voller junger Füchse.